So meine Freunde und damit herzlich willkommen zum kleinen Weihnachts-Special. Ja, reden wir nicht lange drum und generaten wir hier die Nummer... Nummer 7, okay, sehr schön. Ähm, Nummer... Ähm, 1, 2, 3, 4, 5... Warte mal, hier, warte mal. Äh, hier, nicht mit so, jetzt mal 5, 6, 7. Herzlichen Glückwunsch an Janster Gangbang, bester Name auf jeden Fall, zu deinem Mario Kart 7. Ähm, ja. Ja, danke für die tollen Gewinnspiele, ja, habe ich gerne gemacht. Und ja, Leute, das war's dann mit dem Adventskalender. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Es sind unzählige Kommentare. Ich glaube, wenn man alle Kommentare zusammenzählt, haben wir bestimmt... Uff... Äh, bestimmt ein paar Hundert, knapp, fast 1000 Kommentare bestimmt. Ähm, wenn man so rechnet, der Durchschnitt war 50. Gut, am ersten Tag waren es 5 Stück oder so, aber lassen wir das. Jedenfalls, ähm, ja, ich wollte es hier als kleinen Vlog benutzen. Auf jeden Fall, Janster Gangbang und Nano. Ja, gut, Nano kann ich auf Skype schreiben. Janster Gangbang, ich werde dir auf Facebook, äh, ich werde dir privat nochmal auf YouTube schreiben. Falls du kein Facebook oder Skype hast, ansonsten adde mich bitte. Und dann klären wir das einfach, dann kannst du mir deine Adresse und so geben. Und Nano kenne ich ja eh persönlich. Also, ja Leute, ähm, ich höre natürlich auch noch von den Leuten ein Foto, ähm, wobei Nano kann man vertrauen, Nano kenne ich. Ähm, ja, werde ich sagen, macht mal bitte ein Foto davon, dass ich es euch geschickt habe, weil dann ist es der eindeutige Beweis nicht, dass ich die Spiele behalte oder so. Und irgendwie, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Also, dann habt ihr auch einen Beweis, dass ich es nicht irgendwie selber behalten habe oder so. Naja, Leute, ich wollte das kleine Sly-Nachts-Log benutzen. Ich möchte nicht über das komplette Jahr reden. Das werde ich in ein Jahres, ähm, ja, ein Jahres-Special dieses Kanals machen. Ich möchte einfach nur, äh, ja, euch allen schöne Weihnachten wünschen. Ähm, ich hoffe auch nicht, dass manche von euch jetzt gerade um die Zeit dieses Video schauen. Leute, ihr sitzt zu Hause mit eurer Familie und feiert ein schönes Fest. Ist egal, ob ihr Geschenke kommt oder so. Ich kriege auch keine Geschenke. Ich feiere noch nicht mal Weihnachten, aber trotzdem ist man zu Hause. Und sorry für den Krankenwagen, der gerade vorbeigefahren ist, aber, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, feiert mit eurer Familie. Und, ja, das Jahr ist noch nicht vorbei. Und ich werde natürlich davor noch ein paar Videos machen. Also, ähm, denke ich jetzt auch nicht, dass ich da jetzt auf Silvester schon das ganze Jahr gut sprechen werde. Also, auf jeden Fall, ich wünsche euch allen schöne Weihnachten. Jeder von euch soll ein schönes Fest haben. Am besten mit der Familie. Feiert es nicht mit Freunden, Leute. Familie ist wichtiger. Familie, Familie ist einfach das Wichtigste. Und da, da kann man Weihnachten mal zusammen feiern. Wenn ihr aber so wie ich nicht Christ seid, könnt ihr natürlich auch mit jemand anderem feiern. Aber bleibt einfach bei eurer Familie und wünscht schöne Weihnachten. Und einfach mal einen Tag zusammensitzen. Das würde ich euch einfach nur sagen. Und ansonsten habe ich noch irgendwas zu erwähnen. Und, ja, schönen Adventskalender. Wenn euch der Adventskalender gefallen hat, werde ich auf jeden Fall nächstes Jahr wieder ein... Ja, das ist klar, wenn ich überhaupt nächstes Jahr noch YouTube mache, kann ja alles sich verändern. Ich kann ja auch, was weiß ich, von Auto überfahren. Weil wir hoffen, wir es jetzt nicht. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Also, wenn es ist, werde ich auf jeden Fall nächstes Jahr einen Kalender machen. Und ich bedanke mich einfach bei jedem, der teilgenommen hat. Eigentlich müsstet ihr euch ja bei mir bedanken. Aber, ja, ich finde es einfach schön, die komplette Community mal so zu sehen. Und ich freue mich natürlich auch jeden Einzelnen, der durch den Adventskalender auf den Kanal gekommen ist. Schaut einfach auch mal die anderen Videos an. Und es würde mich auch freuen, wenn ihr genauso viele Kommentare unter normales Video schreibt. Also nicht nur, wenn es was zu gewinnen gibt, wenn man so vergleicht. Wir haben hier 50 Kommentare teilweise. Stellt euch mal vor, ich kriege 50 Kommentare auf jedes normale Video. Das wäre ganz lustig. Aber, ja, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, ich freue mich auf weitere Kommentare. Nicht nur in diesem Adventskalender-Video, sondern allgemein. Und ansonsten, ja, schönes Fest noch. Ich habe, glaube ich, wirklich nichts mehr zu erwähnen. Dann, Leute, jetzt wollt ihr wissen, also an die, die noch nicht wissen, wie sie ihre Preise bekommen. Ich werde jeden einzelnen Gewinner mir mal aufschreiben. Wenn ich ein paar Leute kenne, schreibe ich sie auf Skype an. Ansonsten schreibt mir in Skype, schreibt mir in Skype und dann werden wir die Tage, werde ich jeden Freundescode registrieren. Ich habe ja jetzt eure Freundescodes. Manche haben sich beschwert, ich will dir meinen scheiß Freundescode nicht geben, damit ich den habe. Ich werde, oh, sorry, meine Freunde, die Freundescodes registrieren. Und dann, ja, werden wir hier sicher einen Termin finden. Schreibt mir Skype, Facebook, YouTube. Ich werde euch alle mal kontaktieren morgen. Ansonsten kontaktiert ihr mich. Kontaktiert ihr mich, sorry. Sprachfehler for the win. Also, Leute, wir werden das schon mal hinkriegen. Und, wie schon gesagt, feiert es mit eurer Familie und schaut dieses Video. Ja, das könnt ihr noch optional reinschieben, aber danach, ja, feiert mit eurer Familie. Ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest. Wir sehen uns morgen. Wir sehen uns morgen.